Hit Radio FFH sucht Hessens Next Topwitz. Geht der Indianerjunge zum Häuptling und fragt, woher haben wir Indianer eigentlich unseren Namen? Da sagt der Häuptling, zum Beispiel dein Vater, renner Elch, da ist ein Elch über die Prärie gerannt. Oder deine Mutter, fliegende Adler, da ist ein Adler über die Prärie geflogen. Und was machst du hier, Pupsner Hund?